Bruder, ich sehe alles wie Kino hier, ich schwöre es dir, das sieht aus wie Kino. Jetzt habe ich hier zwei Controller. Kennt ihr das, wenn ihr Ausweisfotos macht für euren deutschen Pass? So alle gerade stehen und nicht lachen, nicht weinen, gar nichts. Genau so, Alter. Das ist nur für Messungen, Alter. Wollen die Messungen gleich meinen Schwanz messen, oder was? Was ist das denn, Bruder? Die wollen richtig Auge machen, die machen richtig Auge. Ich tauche jetzt in die Welt ein, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin jetzt auf der Titanic. Leute, ihr wisst gar nicht, wie krank das ist, ne? Ich bin gerade im Playstation-Menü und das sieht aus, als ob ich gerade im Kino wäre, erste Reihe. Genau so sieht es aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Die Türe ist vor mir. Ich kann die öffnen. Oh mein Gott. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Ich spiele... Bei Gott, ich spiele das nicht. Nein, nein. Ich bin gerade in so einem Raum wie bei Saw. Das ist nur das Tutorial. Wie soll ich denn das Spiel spielen? Ey, das ist gerade wie als ob der Bildschirm vor mir. Was ist das denn? Als ob ich das anfassen könnte. Hier. Ich drücke drauf, touch. Ist das touch? Ey, das ist eine Lampe, ne? Da hinten ist eine Lampe. Oh mein Gott, das ist mein Fenster. Ey, ich check gar nichts mehr. Ah! Was ist das denn für ein Rohr hier? Ah, das ist meine Hand? Hä? Ey, ich weiß gerade echt nicht, wo gucke ich gerade in meinem Zimmer hin. Was ist hier? Ist hier der PC-Bildschirm? Hallo? Hiermit endet das Tutorial. Nein! Was ist das denn? Ey, wieso haben wir das so gut hinbekommen, dieses Scheiß-Spiel? Das sieht aus, ob das Bett hier... Ey, ich wollte gerade wirklich... Hier ist so ein Scheiß-Tisch. Ich wollte meinen Controller da ablegen. Ich mache die Türe auf, aber wenn du reinkommst, ich sage es dir hier vor Kamera, ich mache Schluss. Wenn du mich erschreckst mit VR-Brille, ich mache hier im Stream Schluss. Normal oder einfach? Was für Irrenhaus? Wollt ihr mich verarschen? Ich zocke doch nicht im Irrenhaus. Ah, nein! Was zur Hölle? Ey, was ist das denn? Ich bin im Dschungel. Hier sollte es sein. Ey, das Auto steht gerade hier. Richtig kleines Auto, wirklich. Ey, das ist nicht mehr normal, ne? Oh, meine Pflanze. Ey, die ist gerade so vor mir. Ich kann die anfangen. Ey, das ist echt... Jetzt habe ich die Pflanze gerade komplett in meiner Hand. Wirklich, komplett. So. Versteht ihr? So. Was ist das denn? Das Haus sieht aus wie ein Schloss, wie Hogwarts. Alter, dieses Stacheldraht wirklich direkt über mir. Oh, mein Gott. Das ist der Vater. Bitte springen. Bitte springen. Ist da jemand am Grill? Schmeißen wir doch was auf den Grill, Uwe. Was gritt der da? Ey, nicht, dass ich jetzt hinfalle, ne? Wirklich. Das sieht wirklich... Also, ich kann euch mal beschreiben, wie hoch das ist. Aus meiner Sicht, ich würde sagen, 4,20 Meter. Ey. Ja, ich spiele das nicht mehr, Alter. Ich spiele das nicht mehr. Ich knie mich wieder von diesem Spiel. Habt mir Spaß gemacht. Abbruch. 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 Als ob ich gerade wirklich runtergefallen bin. Wirklich. Ich mache... Ich mache keine... Ich verarsche euch nicht. Spielt das selber. Spielt das selber. Alter, guckt euch das Wasser an. Ey, das sieht da echt... Das Wasser sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Was wollt ihr, Alter? Kommt her. Kommt alle her. Kommt alle her. Ich nehme euch alle auseinander. Kommt her. Alter, ist das krank. Ich bin auf der Veranda. Ich habe schritte gehört. Warum speichert das? Warum speichert? Es speichert. Mist, Mist. Vater Martin! Ey, ich wollte eigentlich beim Haus aufhören, Mann! Ich habe so eine scheiß Kassette. Ich brauch's dir irgendwo reinstecken. So. Still drank. Ach, ja. Oh mein Gott! Ey! Was hat der da für ein Ding im Mund, Alter? Der ist ja mit Luxem. André! Was geht ja fanden nicht, Papa? Du bist schon wieder auf dem Bildchen. Oh, oh! Oh mein Gott, oh mein Gott! André, du B***! Das ist nur, it's only... Die Leiter ist abgebrochen. Welch eine Tragödie! Hey, baby! Oh, ah! Was ist das für ein Wasser, Digga? Ah, warte, wo mein Kucko her! Sie sind ja, sie schweben hier! We are... We are... Ah! Ah! Alter, das sieht so krank aus, ne? Wirklich, ich komm nicht klar, Mann, Alter. Zeig Eier! Zeig Eier! Zeig Eier! Zwölf Sekunden später. Ah! Ah, das geht besser, weil die ein bisschen trainieren ist. Mia, beruhigen Sie sich doch. Ich gucke doch nach ihr. Ich bin doch da gekommen, um mich zu retten. Hör mal! Nein, nein! Stopp in die Ruhe! Mia? Hallo? Bär, was packst du meine Freundin an? Was packst du meine Freundin an? Oh nein, wie lange ist die Treppe, Mann? Ist länger als alle, er hat eine Ringeteile. Ja, kannst du selber reingehen. Mit Brille bin ich auf Brille. Ey, Warte! Telefon, 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 Telefon. Ey, Bruder, ich kann nicht mehr, das ist gerade so nervig. Wo bist du, wo bist du, Mann? Hör mal, ich muss kacken. Reicht doch jetzt, Mann! Wen aufkopfst du noch? 1, 1, 0, Polizei holst mich raus! Äh, Mann, ey, mio! Aaaaaaah! 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 Oh mein Gott! Ein paar Aufwärmübungen. Hä? Hä? Ah, warte! Rappus, Vammus, Flavikus, Laufus, Grieckus, Ii Kakos, Ii Osos. Start der 5, Fischkopf. Ah, Samjira Madei, Jajora Madei, Jajora Madei, Jajora Madei. Mikrowelle! Baaah! Er ist ein Vogel drin. Der sogenannte Wolfenschneider. Öffnet auf Ihre Türen! Wer ist das denn da hinten? Ich glaube, es hat geklingelt, oder? Doch, ich schwöre, es hat geklingelt. Ich habe dieses gehört, 100%. 100%. Ich muss kurz gucken, Leute. Das war nicht im Spiel, ich muss kurz gucken. Ja, alles klar. Alles klar. Ja, super. Die war richtig sauer, die war richtig sauer, Alter. Ist okay. Die war richtig sauer, die war richtig sauer, Alter. Genau. Boah, die eine Kuh mich grad erschrocken, diese Mia Khalifa, Alter. Ey, wenn das Mia Khalifa wären wir gar nicht in der Brille. Mia Khalifa. Ey, Bruder, aber es geht ab, alles klar bei dir? Es geht ab, alles klar bei dir? Verpiss mich. Oh mein Gott. Ich liebe dich. Ich dich aber nicht. Guck dich mal an. Wenn du nicht siehst, dann mach Scheller einfach die Hübsche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das? Es ist gut. Der erkennt gut nicht mal, wenn man sie ihm unter die Nase rein... Ah! Alter, das war wie 3D! Los jetzt, komm mal schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, wie geht's dir? Aufstehen, Hallo. Guck mal, Proteinshakes. Nimm doch noch mal irgendwas davon. Versuch mal da was zu trinken. Vielleicht kann man irgendwas essen oder trinken davon. Wir müssen überleben. Ich hab grad, glaub ich, einen Schweißtropfen von der Nase verloren. Omi, Omi, aufstehen! Ist der nackt, Digga? Ist der nackt? Jetzt hab ich dich aufgezogen, du Schwanz! Ah! Ich hab dich aufgezogen, du Hund! Ganz für den Sacklutschen, Alter. Verpiss dich! Weg, weg, weg hier! Ah! Renn! Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Oh mein Gott! Du verschwindest deine Zahn! Oh mein Gott, Alter! Wow, das sieht so krass aus! Oh mein Gott, Digga! Die Schnur ist vor mir! Die Schnur! Der macht immer so geile Geräusche mit dem Messer, Leute! Hör mal! Ah! 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 Wow! Oh mein Gott! Alter, sieht das krank aus! Als würde ich da gleich zwischendurch fallen! Hallo! Alter! Das ist grad... Das ist grad das krasseste, was ich mit der VR-Brille bisher erlebt habe! Genau! Wow! 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 Dann morgen! Boah! Immer dieses Einrichten, Alter! Jedes Mal! Ich will einfach nur zocken! Ich muss jetzt wieder Passfotos machen! Soll ich jetzt... Jetzt muss ich doch Kopfball machen, Alter! Das ist wie damals bei Philipp Lahm, wenn der Mann Schatzfoto gemacht hat! Immer so! Ich bin 1,79 Meter! Ich hole jetzt Zollstock, Alter! Aha! 1,78 Meter! Ich bin 1,70 Meter geschrumpft! Ich lag doch schnell! Guck mal! Ich guck nur nach unten rechts! Die Brille hängt! Brille hängt! Ja! Bam! Wackelkontakt! Ja! Ja, Junge! Wir sind drin! 12 Sekunden später! Ja, was kackt ihr denn so ab, Mann! Ich darf mich nicht bewegen! The question is, what is the plan? So, wir sind jetzt gerade im Eingangsbereich des Hauses! Was ist das für ein Gerät? Da dreht sich was! Ey, wie soll ich denn die ganze Folge heute stillbleiben, Digga? Ich bin... Telefon! Telefon! Ah! Ey, dieser Scheiß! Was ist das für ein Gerät da, Mann! Ach, das ist das hier! Das ist... Das ist der Ventilator! Boah! Ey, der Schatten hat mich die ganze Zeit so erschreckt da hinten! Verdammte Scheiß! Ey! Wir kombinieren mit der Ziemchemieunterricht die flüssige Chemikalie mit der anderen flüssigen Chemikalie und haben somit eine chemische Reaktion von A² plus B²! Das ergibt auch den Sinus Tandens Kosinus! Alter, ist das ein fettes Ding, Alter! Das ist ein richtig fettes Ding, als ob ich sie gerade in der Hand halte! Ein richtig fetter Pullermann ist das! Wer ist das denn? Das ist Elli von Last of Us! Was macht die denn hier? Oha, Elli! Es funktioniert gerade, Leute, oder? Wenn ja, lasst es mich mit einem Follow wissen! Omilein ging allein in die weiße Welt hinein! Was guckst du? Was ist dein Problem, hä? Hallo? Ach, geil! Türe zugegangen! Die Scheiße, die ich hier bringe! Oh mein Gott, wenn ich jetzt gerade hier stehe! Der Wohnwagen ist so ungelogen 25 Meter weg! Die geht darum, als wäre die besessen! Der Berserker schlägt auch ihren Pimmel! So, Freunde, das war's für heute! Wir sind durch! Das war nur ein Spaß! War lustig, oder? Oh mein Gott! Der Ventilator schon wieder! Alter, das nenne ich mal eine Regendusche! Das ist besser als bei uns! Kann ich mal hier duschen kommen? Ey, das ist so krass! Als würde ich gerade unter unserer Dusche stehen! Ich schwärfe alles! Das ist genau wie bei unserer Dusche! Jetzt einfach mal aufdrehen! Hallo? Oh mein Gott! Ich sag nicht! Oh mein Gott, ich schwebe! Ich schwebe! Oh mein Gott, oh mein Gott! 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 hier lang gehe? Ey, Digga, der dreht sich auf einmal um. Dann wirst du dir meine Füße jucken, Alter. Klar, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist das Zimmer von Venom. Venom aus Spider-Man. Oh mein Gott, wenn jetzt Spider-Man kommt, ne? Wenn jetzt Spider-Man kommt, dann bin ich Peter Parker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Der ist direkt auf mich gefallen. Ich bin eine Missgeburt. Ich bin eine Missgeburt. Es ist 0 Uhr. Ich bin eine Missgeburt. Oh mein Gott. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich schwöre, nein. Das ist das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Diese Dinger gehen hier weg. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Wisst ihr, wie schlimm das ist, Alter? Die kommen mir vor die Augen. Es ist vorbei. Es reicht, Digga. Es reicht. Bitte. Ir? Oder? 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 02. Das war's für heute.